Kommen zu Ninja Run. Ja, ist auch wieder einfache Platin. Ist auch vom Teil des Horror Run Pakets. Triple Play Paket heißt das, glaube ich. Ähm, ja. Auch hier wieder easy peasy, ne. Äh, 2 von 10, 5 Minuten, 4 Stacks, PS4, PS5, EU und US-Version. Ja, panische Version, keine Ahnung. Beim nächsten Mal sage ich das einfach nicht mehr, weil ich weiß nicht, die kommen wahrscheinlich nicht. So, fangen wir mal an. Also Level 1, wie gehabt. Irgendwie schneller als die anderen. Ja, am liebsten ist das viel schneller, ja. Kreis zerstören wir das. Hm, eins fehlt. Ein Objekt. Ich will immer Obstickel sagen. Ne, Objekt, da ist es. So, dann. Äh, ja. Können wir eigentlich Level 2 schon starten. Für, ähm, das andere Objekt. Das müsste eigentlich direkt auch die Trophäe freischalten. Da ist es. Zerstört. Ja. Tophäe erhalten. So, Miniboss müsste jetzt kommen. Machen wir mit R1 schießen hier. Ja, das war's schon. Trophäe erhalten und... Platin. Äh, Ninja Run Master. Ja. Ja, sieht man ja auch. Sehr, sehr einfach Platin. Geht auf jeden Fall klar. Ja, dann, wenn ich noch das Level zu Ende. Ist aber so pflicht, wenn man es hat, dann macht man noch mal zu Ende. Ja, seht ihr. Sehr einfach Platin. Kann man sich auch holen. Mit dem Bundle natürlich. Wir sind es.